Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Baldur's Gate, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da das ein Teil eines Livestreams war, ähm, rede ich nicht lange und spring gleich rein. Hm, mal gucken, ob das was gebracht hat. So, was hast du mir zu bieten? Hm, was? So. Super, kann natürlich nichts mehr werfen, war ja klar. Ich habe noch ein paar, ähm, Spruchrollen. Hm, guck mal, aber das ist erstmal egal an der Stelle, du kannst mal nichts machen. So, hast du eine Spruchrolle? Du hast keine Spruchrolle, ne. Du hast keine Spruchrolle, warte mal, 2 bis 9, 2 bis 7. Na, die ist ja besser als der Scheibenhonig hier. Ähm, 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 werfen. Gut, dann. Hast du was zu werfen oder hast du irgendeine Spruchrolle, die du ihr an den Kopf werfen kannst? Ne, lass mal hier sortieren, ich mag das nicht, Typ. So, das ist nix. Da ist, das ist leer. Unnötiger Ballast. Du hast nichts. 20%, hohe Verteidigung. Böser Spott. So, Zug beenden. Natürlich ist sie außer Betrieb. So, was ist mit ihm? So, jetzt muss ich was einfallen lassen. Okay, Vergiftung ist weg. So, wer ist dran? Sie ist dran. Ei, ei, ei. Halt, ich hab doch irgendwelche tollen Sprichspruchrollen, oder? Mal kurz schauen. Ich hab doch hier ganz viel von dem Spaß. So, was haben wir für den Feuerschaden? 24, 16, 16, 16, 16. Hm, sieht doch gut aus. So, was hast du noch? Ignis hast du noch, oder? Heilige Flammen. So, Zug beenden. Hohe Verteidigung. Immerhin 15. Es wird knapp für sie, ne? Zug beenden. So. Hast du noch irgendwas zum Werfen? Die Schleimkugel, ja? Werfen. So, cool, sehr schön. Nicht genügend Ressourcen. Mhm. 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 Nicht genug Ressourcen. Sie ist unsichtbar. Na, pass auf. Du bist unsichtbar? Ja. Das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Wie sie müsste. Hat sie das jetzt gerade genommen? So. Naja, ich weiß. So. Blöderweise musst du jetzt springen. Ne, musst du nicht. Du kannst hier mit... Du bist so. Du bist auch immer zurückgezogen. So, ranken. Ich binfully videre. Ich bin大ose. Geh. Beklar! Dein Zugzombie. Da ist er. So, jetzt pass auf. Äh, was auf UfBase, wir haben doch noch hier ein paar Schriftrollen. Haben wir doch. So, Buch. Was haben wir hier? Dunkelsicht haben wir schon gehabt. Das war nicht so der Reißer. Nebelwolke, hier. Kann er nicht bewirken, warum kann ich denn nicht wirken? Nebelwolke. Not found. Also, wir haben einen not found gefunden. Sehr schön. Ähm. Ich würde definitiv den hier wirken. Okay. Was ist das hier? Keine Ahnung. Gut, jetzt wissen wir wo sie ist. Jetzt wissen wir wo sie ist. Und das hier. So. Und jetzt, äh. Okay. Dann ist sie jetzt. Wer ist jetzt dran? Sie ist dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Wissenschaft. Ich bin dran. Dann ist er. ich fast behaupten, wir gehen jetzt hier auf Spurten. Und dann darfst du mal hier hin. So. Zug beenden. So. Dann würde ich behaupten, nochmal kurz hier rein, was ist das hier? Ah, Pfeil des Blitzes. An LaSel. 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 Einmal sortieren. Nach Typ haben wir das gemacht. Und jetzt würde ich doch gerne. Na, würde ich gerne. Kann man die nutzen? Schreibe einen Kreis aus Arkanen Glyphen auf den Boden. Ah, ne, das ist Quatsch hier. Hier. Heiliges Wasser gleißen, diese kleine Flaschungsbild beim Auftreffen. Und fügt Unholden und Untoten. Das bringt mir nix. Das bringt mir nix. Genau, deswegen gehen wir hier rein. Geben wir hier Buch und Bücher. Buch und Bücher. Hier, Buch und Bücher. Was haben wir denn Interessantes? Ba, 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 ba. Kann man die zusammenlegen? Ne, kann man nicht zusammenlegen. Schriftrolle, Person festhalten. Mhm, halt, sortieren. Nach Typ. Typ. So. Da sind die Schriftrollen. Was haben wir denn? Not found. Ah, halt, stopp. Da hab ich doch den hier. Wo ist denn meine Hexe hier? Ah, das Ziel ist zu weit entfernt. Pass auf, dann machen wir es anders. Dann mach ich es anders. Komm her. Und ich geb das Ding, geb ich ihm Will. Ja, geb ich ihm Will. Dann machst du den hier. So, dann darfst du nämlich hier. Gut. Zug beenden. So, du kannst leider nichts machen, oder? Nicht genügt Bewegungsrate. Genau, das ist das Thema. Ja, dann, ähm, auch du. So, zu benden. So. Will? Ah. Ah. So, was hat die denn? 14. Ich würd sagen... Die Tage sind gezählt, ha? Ja. Ja. My path be true. Der hat noch neun. Wait. Ah. Wait, just a tick. Killing me is a waste of time. I'll find a way to return. Always have. Always will. I have something you want. Ah. Ich kenne mich im Handel aus. Keine Trinks. You wound me, sweetie. My offer will put that little pact of yours to shame. Let me leave with the girl, and I'll give you power. You want to be stronger? Tougher? Smarter? Done. Anything is possible. Just let me keep the girl and her babe. A simple trade. More deception. Take her head. Ja. It's your choice, Sweetness. Einschüchtern. Wenn ihr leben wollt, dann rückt Mirna raus. Und diese Kräfte. Sofort. Die Verstärkung ist gleich da. Gebt mir das Mädchen und die Kräfte. Dann verschone ich euch. Okay. 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 Node. God's turned your goody soul to shite. Thank you. Not that it matters. I'll find another just as plump and ripe. Ich kann einen anderen Shop setzen. Die Leute brauchen immer Lotion und Potionen. Das war jetzt, ähm... Ja, ich wollte sie nicht gehen lassen. Eigentlich wollte ich ihr den Kopf abhacken. Die Antwort war wahrscheinlich nur, nur eine tote Vettel ist eine gute Vettel. Ähm... Wenn ich dich wieder wieder sehe, dann hast du ein Tentakel für einen Ton. Auf Wiedersehen, Pettel. Ich bin so dumm! Wie kann ich ihr vertraut? Ich habe fast das Monster mein Kind gegeben. Warum in alle Hölle würde ich so etwas in Erwägung ziehen? Das ist, was sie wollte! Mein Baby! Danke Gott! Ich werde es für ihn machen. Mein Vater. Sie werde ihn zurückbringen. Er hat ihn zurückgebracht. Er hat ihn zurückgebracht. Was wäre mit eurem Kind geschehen? Ethel hat das Kind ermöglicht, die Kinder zu erheben. Zeig ihnen Magik. Gib ihnen ein gutes Leben! Es ist eine verdammte Sache besser, als ich es tun kann. Ich wollte einfach alles zurück! Zurück, wie es war! Nein, ich hätte euch nicht helfen sollen. Aber Ethel hat eure Notlage erkannt und ausgenutzt. Es ist meine eigene Schuld, um sie zu erheben. Schau! Ich mag nicht, die Menschen zu erheben. Hier... Diese Kabel ist wertvolle Kabel. Für das, dass ich meine ganzen Kameraden gerade verraten habe, ja? Tja, gute Frage, nächste Frage. Ne, scheiß drauf. Wirklich? Wirklich? Das ist... Mein Mann hat es mir gegeben. Ich sollte ihn nach Hause nehmen. Seine Kabel ist gerade upstairs. Eine bestimmte Kabel ist das Leiste, die ich ihm geben kann. Danke. Danke. Ja, ich glaube nicht, dass es jemand anderes gibt, der mich zu erheben würde. Was habe ich denn hier? Zorn, verbleibender Zug, einer. Bannen. Zustand Bannen. Zustand Bannen. Maybe I need more Pockets. Maybe I need more Pockets. Was haben wir hier? Nix. Hier geht's raus, würde ich sagen. Wird gespeichert. Halt. Halt. Wird schaubern. Nein, wir glaub'n wir sind ja durch. Da haben wir sonst nix mehr. Diese komischen Blumen. Ich hätte hier eigentlich den Kopf abpacken sollen. Was habe ich mir dabei gedacht, ohne Blödsinn? Was habe ich mir dabei gedacht? Die Briefe können wir gleich noch mal lesen, haben wir sonst irgendwas passieren? Ah, komm mal hier, Stab. Natürlich nehme ich den Stab mit. Hier geht's raus. Schwere Truhe. Oh, was haben wir denn hier? Ringe. Nehmen wir alles mit. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade einsammle, aber hey. Für das, dass ich sie nicht geköpft hab, geht mir so ein kleines bisschen auf den Sack. Weil ich wollte sie eigentlich köpfen. Aber nein, nein, ging natürlich nicht. Aber ich hab's falsche ausgewählt. Gut, da sind wir durch, würde ich sagen. So, dann. Morscher Sarg. Morscher, Morsch. Der Morscher Sarg. Nu ist der Morsch. Der Sarg. Gott, ich hörte nicht, dass du kommst. Ich weiß, ich sollte nach Hause gehen, aber ich kann mich nicht mehr wegbringen. Ich hab' mir gedacht, dass ich ihn in eine Schraube bringen und die Reise wieder wieder machen kann. Was? Ich hab' einen Zauberstab gefunden. Ich kann wohl eure Mann wiederbeleben. Alles in Ordnung? Ihr könnt ihn einfach hier lassen. Ja. Wäre möglich. Euer Gejammer bringt euch auch nicht schneller hin. Schweigend stehen bleiben, Kleriker. Ich kann ein Gebet für ihn sprechen, wenn ihr wollt. Bitte. Conny used to say, only a fool turned down the divine. Kleriker der Schar. Okay. Ein weiterer Beweis für sterbliche Zerbrechlichkeit. Ich bin dankbar für diese Gabe. Frau ohne Mann, Kind ohne Vater, dunkle Dame sie. Wie die beiden ohne deine Umarmung auskommen müssen. Gott! Warum war es nicht ich? Conner! Okay. So, Bun. Wie kriegst du den Bun weg? Hm. Wie kriegst du denn den Bun weg? Ich hab' keine Ahnung. Wie kriegst du denn den Bun weg? Also das sieht den Beistand bis zur langen Rast. Hat ein Malus von ein Würfel vier bei Angriffswürfeln und Rettungswürfel. Dunkle sich bis zur langen Rast. Kann in der Dunkelheit bis zu zwölf Meter sehen. Ja, aber wie kriegst du denn den Bun weg? Jetzt mal ohne Flachs. Wie kriegst du denn den Bun weg? Ah, guck mal hier, Weißer. Du bist neugierig und belesen. Lies den merkwürdigen Text einer Dohnoberin. Entfalte der Phasen. Belebe, Schicksal muss warten. Belebe jemanden aus deiner Gruppe wieder. Ah, okay. Inspirierende Ereignisse. Niemand wird zurückgelassen. Ah, das sind die Inspirationen, die sie haben. So, jetzt haben wir kurz her. Da muss ich Charakter bogen. Wie krieg ich dann diesen... Hier, Bun, aber ich hab' keine Ahnung. Wie krieg ich denn den Bun weg? Strahlt er, Furcht, Bun? Hm. Und was jetzt? Schon wieder. Ich werde ihn nicht wiederbeleben. Hm. Wir waren nur Kinder, wenn wir uns treffen. Ich hätte ihn auf den Schwingen, wenn ich wollte. Er hat mich richtig auf und hat mich zurückgebracht. Ich war so surprised, dass ich gerade riecht. Er hat auch. Wir haben noch nie einen Tag verabschiedet. Hm. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will ihn nicht wiederbeleben. Ihr könnt ihn einfach hier lassen. Nein! Er hat eine propere Beobachtung. Er hat ein wenig Rest. Und er wird das hier nicht bekommen. Oh Mann. Das ist eigentlich schwarze Magie, jemanden wieder zu beleben. Gut, ich habe schon einen Zombie wiederbelebt. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Aber ein Zombie ist halt so eine Sache. Und alle, die Friedhof der Kuscheltiere gesehen haben, die werden wissen, was ich meine. Euer Gejammer bringt ihn auch nicht schneller hin. Du bist ein schmerziger Basterd. Du kennst das. Ich bin sorry. Ich bin sorry, ich kann dich nicht zurückbringen. Was war das eigentlich für ein Stab, den ich aufgenommen habe? Bittere Scheidung. Wurzeln. Wer hat denn den aufgenommen? Sida oder nicht? Wer hat denn den Stab? So, die können wir, äh... Ähm... Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Interessant. Wo ist denn der, wo ist denn der Stab? Das ist jetzt der Nahkampf? Das ist der, den ich ausgerüstet habe? Aber es gab doch einen Stab, oder nicht? Ah, hier. Stab der Mumen. Ungewöhnlich. Strahl der Übelkeit und... Den tue ich jetzt mal ausrüsten hier. So, und was macht der noch? Würmer wimmeln unter der bröckligen Oberfläche dieses morschen Stabs. Jede Berührung erfüllt dich mit unerträglicher Übelkeit und einer merkwürdigen Sehnsucht, als riefe er nach seinesgleichen. Vielseitig. Kampfstab. Strahl der Übelkeit. 1d8 und 1d6 für Wucht. Vielseitig. Ich würde sagen, ich speichere nochmal. So, wie sieht es denn eigentlich auch mit unserer Questlog aus? Das ist nicht fertig. Bring Myra den Zauberstab. Das T-Haus, was ist das nicht? Das T-Haus ist noch nicht erledigt. Ich muss das bringen, oder was? Oh. Rette Myra. Wir haben einen Zauberstab. Wir kommen was namens draufgefunden. Vielleicht im... Okay. Ich habe einen Zauberstab. Eigentlich nicht, aber... Komm, da bitteschön. Dann kriegst du Friedhof, den Kuscheltieren. Ist dein Problem, nicht meins. Viel Spaß. Da hast du Connor. Was? Was ist passiert? Warum ist er noch tot? Natürlich, was hast du erwartet? Da hast du deinen Connor wieder. Dann gehen wir nicht auf den Zeiger. Du fühlst, dass etwas dich anziehen. Die Kreatur trägt für... einen Master. Was hat er für ihn? Die Vettel hält also ihr Versprechen. Das kann wohl niemand einfach sein. Das kann wohl niemals einfach sein, was? Hm. Die Kreatur ist an den Stab geboten. Wie praktisch. Er ist nicht ein Kreatur. Er ist mein Vater. Ich wollte ihn zurück. Zurück, wie er war. Nicht das. Hast du nicht genau gesagt? Das ist euer Ehemann. Ihr wollt ihn oder nicht? Hm. Ich krieg' ich keine Bange. Ich hab den Zauberstab. Ich werd' ihn auch benutzen. Äh. Wir können ihn auch jederzeit wieder begraben. Nein! Nein! Nicht ihn auf den Boden! Er war... Er ist Angst vor dem Dunkeln. Nee, nein. Ich mach's. Ich mach's. Euer Mann ist fort. Dieses Ding ist nur ein Monster. Du wirst nicht wissen, dass er... Er... Er könnte noch da sein. So, wir sind wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Denkt dran, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Abo kostet nix. Und ein Like hilft mir natürlich in meinem Kanal. Dass der Algorithmus, der echt bescheiden ist, mich auch mal anzeigt. Denn Impressionen hab' ich so gut wie keine. Was ein bisschen, ja... Die wollen wahrscheinlich auch Geld verdienen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Und ich freu' mich auf, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne. Tschüss. Jetzt wird sie gefressen. Pass auf. Jetzt wird sie gefressen. So, hier waren wir noch gar nicht. Wieso waren wir hier unten noch gar nicht? Kannst du da lang gehen? Wieso waren wir hier noch gar nicht?